So, willkommen da sind wir wieder. Ich bin hier noch ein bisschen am basteln. Ich muss hier mal kurz, ui, einen Moment dauern. So, schau ich mal ob ich die, äh, GAL, äh, die, ähm, Schaufeln, äh, die, ähm, Schaufeln. Ne, Britta. Ok, Britta. Ich will jetzt hier die, äh, Schaufeln herstellen. Wird doch gleich wieder dunkel, ich sehe das schon. Ne, Britta. ich brauche fünf stück wer fehlt mir jetzt jeder das würde ich so einen herrscht aber keine ledererstellung so wenn wir hier noch mal ein paar von denen herstellen jetzt kann es wohl dauern ich werde das rausschneiden wo ich mal schnell schlafen gehen hier so dann essen wir einen Happen und wir werden mal schnell reiten so ich soll jetzt hier dem zum Beispiel die Hacken geben ok ich brauche noch den Rest also brauche ich meinen Händler hoffen dass einer hier die Stahlspitze hacken hat natürlich nicht noch ein Fragezeichen das war jetzt praktisch ok ins Fass und wieder raus was der hier hat ok die kostet 400 ich werde hier mal alles verkaufen na das war jetzt doch gut dann ist das so 100 verballert so wir kaufen mal eine die ist zu teuer das ist jetzt 800 das ist jetzt doof hier muss ich mal den nächsten Händler erwischen der mir hoffentlich noch mehr mehr gibt aufweilen das Fahrzeichen jetzt hier das wollte ich nochmal angucken na gut habe ich mal noch einen dazu gekriegt gibt es hier bloß zwei Händler hier wo ist ein anderer Händler hier wo ist ein anderer Händler hier wo ist ein anderer Händler dann werde ich dem das halt verkaufen hier wo ist ein anderer Händler jetzt ja Onya wohl ein Dass sie auch immer ständig rumrennen müssen hier, das ist ein bisschen nervig. Ja, zwei habe ich erst, das ist natürlich noch ein bisschen dauernd. Wenn ich jetzt irgendwas herstelle im Inventar, naja, es gibt ja nichts für Quatern. Nun gut, dann werden wir mal ein bisschen... Ich kann auch keinen Stahl hier kaufen, komischerweise. Und noch ein bisschen Bambus für die nächsten Projekte. Ich möchte das kleben in der Tasche ab. Ich möchte das noch ein bisschen ab. Ich möchte das noch ein bisschen ab. Das war's. Dann werden wir mal eine Schnellreise machen nach Ziggy Guck mal, wo hier mein Bauchberg ist Da ist es anscheinend nicht Ok, den konnte ich jetzt gewinnen Ok, das ist zwar ganz praktisch, aber muss ich wieder ordentlich Haus bauen Wo ist hier mein Bauprojekt? Da muss es sein Das war's für heute Das war's für heute